So, und wir sind bei... Oh ja, das ist eh dein Let's Play. Das ist super Absprache. Das ist toll, ja. Ich dachte, wir wechseln uns ab oder so ein Scheiß? Pff, keine Ahnung. So. Ja, auf jeden Fall willkommen zurück bei unserem hoffentlich letzten Part von Let's Play to Redder Turtles in Time. Genau, beim Final Shellshock gegen Super Shredder, der jetzt einiges... Also, ich hab ein Safestate gemacht, weil... Jetzt sind wir soweit, jetzt würde ich ihn noch schaffen. Jo, ich auch. Weiß er nicht, dass wir den, äh, das Safestate nutzen müssen. Oh, der hat so viel Energie. Ach, wie schnell schießt der denn? Boah, Alter, wie schnell schießt der? Ah, der hat aber schon... Ey, Alter, das schaffen wir nie im Leben. Ey. Ey, ich kann so schnell gar nicht reagieren. Gar nicht. Du musst scheinbar warten, bis der... Entweder musst du den im Flug erwischen. Ja. Komm, 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 komm. Ja, das war nämlich der Schuss, der direkt das ganze Leben kostet, der Grüne. Da musst du aufpassen, wenn er den macht. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll, Alter. Der geht mir auf den Sack. Ja, genau. Auf einmal schießt er nach oben, genau. War das der Grüne Schuss nach oben, oder was? Ne. Der ist das. Aber lieber so... Ja, ich weiß nicht, wann wir ihn treffen können und wann nicht. Das ist das Problem. Ja. Boah, Alter, jetzt hätte er... Wenn er dich mit dem Grünschuss trifft, dann ist es vorbei. Alter! Ey, der ist am Anfang immer unverwundbar. Ja, ich weiß. Jetzt entscheidet er sich noch um. Spontan. Boah, Leute. Der ist absolut... Komm. Oh. So, komm, hauen. Also, ja, so geht's. Was klappt das? Wie? Ja, hau ihn, hau ihn, hau ihn, hau ihn, komm. Wir schaffen das. Boah, fuck. Komm, ach, du bist tot. Ey, komm. Ich habe auch gleich. Ey, was geht... Das geht denn? Ja, komm, 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 komm. Mal tritt hier. Komm, dauernd. Geh dauernd. Nein. Ups. Nein. Du musst es schaffen. Ach so. Ja, ich muss es schaffen. Toll. Du kannst doch Katina nutzen, 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 nutzen. Ja, 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 ja. Oh. Oh Gott. Oh. Wir haben es irgendwie geschafft, obwohl ich nicht mehr da bin, aber wir haben es irgendwie geschafft. Und ich werde jetzt habe ich die Aufnahme total kaputt. gemacht oder so. Ja, wahrscheinlich. Ah. Da, the Teenage Mutant Hero Turtles, our four reptilian heroes have overcome the Archivalian Shredder. Ja, man. Und die Freiheitschar zuhört mit einem Luftschiff. Ja. Ja. Da ist Meister Splinter, guck mal. Und er sagte, hee. Ja. Der weiß nämlich, dass er April heute Nacht noch. Naja, egal. Und guck mal, wie April... Ja, schau mal, wie es klingt. Ja, ne? Ja, ne? Ja, reudig. Also so richtig rattig, ne? Kleine Sau. Oh, lass diese schlechten Wortspiele. Steff. Ja, äh. Cool. Ja, war lustig. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Auf jeden Fall. Danke, dass du mich gefragt hast. Fand ich cool. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe auf jeden Fall noch mal vor, irgendwas anderes mit dir bis zu Letzt Playen. Ja, warum nicht, ne? Ne? Da gibt es ja noch vieles, was wir aus der Kindheit noch aufarbeiten müssen, sag ich mal. Wolltest du dir was zu dem neuen Projekt sagen? Ja, auf jeden Fall. So ein kleines Resümee. Also, ein ziemlich cooler Arcade-Knüppel-Beat-Em-Up. Das ist aber keine Resümee. Achso, du meinst das hier? Ja, ja. Achso, ja. Ich dachte, du willst was zu dem neuen Projekt sagen. Achso, ne. Ich wollte jetzt erst mal das hier resümieren. Ja, ja. Also wie gesagt, das hier macht auf jeden Fall Fun. Ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen. Kauft euch das. Das ist toll. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hast du noch was zu tun? Weil, normalerweise, steht im Single, wenn du das auf Mittel oder Leih spielst, No, Try a Harder Mode. Beim Meister Splinter jetzt. Mal sehen, was er jetzt sagt. Nix oder was? Na, nee, es kam doch jetzt ganz am Ende, oder? Ja, ich weiß ja nicht, ob noch was kommt. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir den Abonnenten das anziehen? Ja, okay. Ich halte es bloß nicht ab, ihr müsst das jetzt gucken. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten deabonnieren wir euch, oder sowas. Das hat er gesagt. Ich wiederhole, das war er. Fighter war das. Fighter, nicht Lab Me Saphir. Es war Fighter. Der deabonniert euch. Ähm, ja, jetzt nochmal die Frage, achso, ja, genau, nochmal die Frage, willst du was zu dem neuen Projekt sagen, oder? Achso, ja, aber erst wenn du was über das Projekt dir gesagt hast. Ja, war cool, du bist dran. Okay. Ja, also das neue Projekt, also wir haben uns da schon ein bisschen überlegt, was wir machen könnten. Und wir haben uns überlegt, Mensch, ja, keine Ahnung, soll ich die Vorgeschichte erzählen? Nein, wir haben einfach vor, Power Rangers zu zocken, zu zweit. Hat einfach den Hintergrund, dass wir das sehr gerne geguckt haben und auch eigentlich jedes, wir haben doch jedes Power Rangers Spiel gespielt, oder? Ja, ich glaube schon. Jedes. Ja. Roadkill Rooney. Rodney. Achso. Ja, das ist doch mal cool. Ich glaube, es gibt nämlich, vielleicht hat es ja jemand noch nicht auf Hard durch, dann weiß er jetzt, dass es das ist. Pfff, Idiot. Pizza Monster. Ja, vielleicht hat ja nicht jeder auf dem Hard Mode durch und dann kann er das jetzt gucken und weiß, wie die ganzen Gegner heißen und kann voll posen vor seinen Gegnern angeben. Ja. Ich meine vor seinen Freunden. Aber Gegner und Freunde, wo ist der Unterschied? Ja. Äh, ja, alles klar. Guck mal, der lässt sich auch von jedem treffen. Hast du da eigentlich, ähm, Pose für gestanden, jetzt für die Szenen, oder? Bestimmt. Ja, das könnte ich sein. Zeig. Aber irgendwie wird gerade nur der Blaue verhauen. Leonardo, oder? Ja. Hey, das ist HP. Pfff. Baxter Stockman, genau. HP Baxter, wollte ich schon sagen. Voll in den Bauch bekommen, hast du das gesehen? Ja. Das ist richtig wärm. Ja, das ist auch mal schön. Da, da bin ich. Schau. Hehehe. Hehehe. Metalhead. Und wir sind bei sechs Minuten. Das passt super von der Zeit her. Das ist ideal. Was? Weißt du doch gar nicht, wie lange es geht. Ja, stimmt. Aber das ist der Rattenkönig. Das ist der Rattenkönig, glaube ich. Siehst du? Die gab es ja auch alle in der Serie, die ganzen Gegner. Ja, ich habe die Serie nie häufig geguckt. Die beiden zum Beispiel kenne ich gar nicht. Toker and Ruther. Hey, das sind die... Hä, das... Hä, nicht? Kennst du die nicht? Sonst hätte ich es nicht gesagt, dass ich sie nicht kenne. Hier, den kenne ich auch nicht, den Slash. Wo der vorkam. Ja, der ist, glaube ich, eine Spielerfindung. Ja, ich glaube... Ja, meint du? Ja, weil... Ich werde das gleich mal nach... Ich glaube nicht, dass die Turtle... Die kennen wir nicht. Ja, Rocksteady und Bebop auf Deutsch. Und die heißen sie... Bebop... Ah ja, auch Rocksteady und Bebop. Ja. Cowboy Bebop. War das ein Cowboy? Das ist... Wie heißt er noch? Ja, genau. Lederkopf. Lederhaut. Lederkopf. Hältst du im Deutschen nicht Lederkopf? Lederkopf heißt das. Mann. Ja, ich würde... April O'Neil. Hat der gerade Miau gemacht? Ja, der hat... Komm mal. Das ist ein Saar kaputt. Und das ist Superschredder. Hast du das Schredder? Supersch... Ja? Wieso sage ich nicht die ganze Zeit Superschredder? Naja, egal. Er heißt einfach Schredder, Mann. Pfff. Tschö. Ja, da hat er uns eigentlich das genommen, was uns Turtles ausmacht. Weil wir sind in so eine komische Flüssigkeit und so in Chemikali gefallen. Moment, das ist die Szene, die ich meinte. Hier sagt das normalerweise. Congratulations. Congratulations. You have completed your training and... Ja, dann liest du halt weiter. Ist mir auch real. Your training and... Are now true heroes. Ja. Du bist ein Held. Jetzt nimm bitte meine Tochter. Die 8-jährige blonde Nymphomanin. Die gar keine Ähnlichkeit Mildratten hat. Naja. Wow, super Ende. Geil für so einen Hard-Mode. Ja. Aber ich glaube, das Kawabanga kam sonst nie. Das alle 4. Alle 4 machen Kawabanga. Das siehst du so nie im Spiel. One Point. Ja. Guck mal, ich hab mehr Punkte. Ja. Cool. Game Time. Wir haben 27 Minuten gebraucht. Geil. 27 Minuten? Wieso brauchen wir denn dann 5 Parts? Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, das kann nicht sein. Aber wahrscheinlich nur die pure Game Time ohne die Intros und Outros von jedem Level. Kannst du irgendwas drücken? Ähm. Ja, ich kann alle Tasten von meinem Map Book drücken. Aber ansonsten passiert nichts. Cool. Ich drücke mich jetzt aus. Start und alles Mögliche und hau mir das Ding gegen den Kopf. Aber es klappt nicht. Na gut, Leute. Los. Ich sag nochmal danke dir, dass du mich gefragt hast für das Let's Play. Ja, und ich muss mich auch bei dir bedanken, weil ich lustig, wie gesagt. Und ich freu mich auf zukünftige Zusammenarbeit. Ja, alles klar. Also dann, auch von mir danke an die Leute von dir und an meine Leute natürlich, die das Projekt hier gucken. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Ich danke allen meinen Leuten. Los, danke meinen Leuten auch. Los, dank denen jetzt. Ja, und ich danke natürlich allen Fans von Sache. Das sind nicht fäztersten Abonnenten. Abonnenten, ja. Ehrenvolle Abonnenten. Gut, ich sag tschüss. Ja, und ich auch. Ciao, man sieht sich.